Hallo, Andrea hier von Wir müssen reden. Es war ja lange ruhig in unserem Podcast. Vier Wochen lang keine Folge und bei uns trotzdem so viele Themen, die auftauchten. Aber mir fehlten einfach die richtigen Worte. Wir haben viel geschwiegen, Dietmar und ich, in den letzten Wochen. Und wir haben viel geredet. Und ich habe sehr, sehr viel geweint. Und heute ist es endlich wieder Zeit für Wir müssen reden. Es ist Zeit für mich in Worte zu fassen, was mich in den letzten Wochen immer wieder so sprachlos gemacht hat. Irgendwie zu versuchen, eine Beziehung in Worte zu fassen, die so besonders war und die ganz plötzlich beendet wurde. Und wenn ich es ganz genau nehme, geht es heute sogar um zwei Arten von Beziehung. Der Titel heute ist Bis dass der Tod euch scheidet. Dieses Versprechen geben sich auch heute noch Paare, die vor den Trauertar treten und sich ewige Treue schwören, in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen, sich lieben, achten und ehren, bis dass der Tod uns scheidet. So wahr mir Gott helfe. Wenn man das erste Mal verliebt ist, stellt man sich das genau so vor. So soll es werden und so soll es sein. Und trotzdem enden die meisten Beziehungen heutzutage nicht mit dem Tod, sondern mit dem Scheidungsrichter. Als ich meine erste Ehe mit Anfang 20 in den Sand gesetzt hatte, machte ich mir unendliche Vorwürfe, dass ich dieses Versprechen nicht hatte halten können. Ich hatte es nicht hinbekommen. Aber es gibt Beziehungen, die kein Scheidungsrichter trennen kann, die ein Leben lang anhalten und deren Band niemals von irgendjemandem durchtrennt werden kann. Nämlich die Beziehung von Eltern und Kindern zueinander. Und als ich Mutter wurde, lernte ich ganz bewusst etwas kennen, das ich ja vorher als Tochter auch schon immer hatte, aber niemals so betrachtet hatte. Ich lernte, meine Kinder Stück für Stück loszulassen. Kindergarten, Schule, Konfirmation, Studium. Sie wurden größer und fingen immer mehr an, ihre eigenen Wege zu gehen. Und ich musste sie ziehen lassen. Aber Mama, ja, Mama blieb ich immer. Bin ich ja heute noch. Partner kamen und gingen. Aber die Liebe als Mama zu meinen Kindern ist einfach immer da. Bedingungslos. Ganz egal, wie sauer ich manchmal auf meine Kinder war und sie ganz bestimmt auch auf mich, denke ich mal. Vor ein paar Wochen nun durfte oder musste ich fühlen lernen, wie stark dieses Eltern-Kind-Band ist. Und wie weh es tut, wenn das große Ganze beschließt, dass der gemeinsame Weg jetzt zu Ende ist. Jetzt bin ich wohl endgültig erwachsen. Muss mich selbst tragen. Kann nicht mehr zurückfallen ins Elternnest. Hört sich von einer über 50-Jährigen vielleicht ein bisschen seltsam an. Aber ich bin ja nicht nur Mama. Ich bin auch immer Tochter geblieben. Es heißt immer, wenn du wissen willst, wie weit du in deiner persönlichen Entwicklung bist, besuche deine Eltern. Wenn ich meine Eltern besuchte, fiel ich sofort in die Tochterrolle. Aber je weiter ich mich mit Beziehungen zu mir und auch zu allen anderen beschäftigt hatte, desto bewusster passierte das. Und ich konnte schließlich einfach drüber schmunzeln und mich freuen, dass ich diese besonderen Eltern geschenkt bekommen hatte. Und meine erste große Liebe war natürlich mein Papa. Weil er war immer stolz auf mich. Egal welchen Bockmist ich, vor allem so in der Pubertät, wieder mal angestellt hatte. Er liebte mich bedingungslos. Immer. Keiner hat mir so viel über meine Heimat Hamburg beigebracht wie mein Papa. Keiner konnte so lustig sein und mit mir feiern und trinken wie er. Und keiner konnte sich so über das Finanzamt aufregen wie er. In unseren Workshops und Begleitungen erlebe ich immer wieder Menschen, die als Kind missbraucht worden sind, körperlich oder seelisch. Und ich bewundere diese Menschen für ihre Kraft und für ihren Mut, sich ihr Leben lebenswert zu gestalten und trotz ihrer furchtbaren Erlebnisse mit Lebensfreude, Spaß und Liebe durch diese Welt zu gehen. Mein Papa war auch so ein Mensch. Er war ein Kriegskind und bezog regelmäßig Prügel. Sowohl von seiner Mama als auch von seinem Papa. Seine Mama war nicht einverstanden mit der Wahl seiner Partnerin und ließ ihn das sein ganzes Leben lang oder ihr ganzes Leben lang spüren. Die beiden hatten eine Verabredung miteinander, die mir manchmal völlig schleierhaft war. Aber er war keiner von den Menschen, die sich darüber Gedanken machten. So war es eben. Und er hätte, so wie es sicherlich viele vor ihm und nach ihm getan haben, seine Geschichte in diesem Muster weiterleben können. Aber er beschloss wohl für sich, sie zu durchbrechen und in seinem Leben irgendwas anders zu machen. Das einzige Mal, dass er scheinbar die Hand gegen mich erhob war, als er mich aus Spaß übers Knie legte, weil ich völlig unerwartet eine richtig gute Note in der Physikprobe nach Hause gebracht hatte. Wir haben wirklich sehr, sehr viel miteinander gelacht. Meine Eltern lebten eine Beziehung miteinander, die wir heute auch nur noch selten erleben. Sie hatten sich dieses Versprechen gegeben, bis dass der Tod euch scheidet. Und das war Verpflichtung genug. Es war schließlich ein Versprechen. Heute erzähle ich Paaren manchmal, dass sie sich, wenn alles gerade nicht so läuft, einen Zeitraum von sechs Monaten oder einem Jahr geben sollten, indem sie ihre Beziehung nicht in Frage stellen, egal was passiert. Auch mir hat das schon mal sehr geholfen. Aber meine Eltern, die brauchten diesen eng gesteckten zeitlichen Rahmen nicht. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Und sie waren so jung, als sie geheiratet haben. Sie haben ihr Versprechen immer gehalten. Sie haben gelernt, miteinander zu reden und zu schweigen. Sie lernten, miteinander zu arbeiten und zu feiern. Sie redeten miteinander. Sie sprachen über ihre Träume und sie erfüllten sich auch gemeinsam. Achtsamkeit. Etwas, an dem wir heute immer wieder arbeiten, für das wir Kurse und Seminare belegen, das war eine völlige Selbstverständlichkeit für meine Eltern. Denn sie achteten immer darauf, was der andere gerade brauchte, was ihm gut tat und wie sie sich gegenseitig tragen und unterstützen konnten. Der Respekt vor dem anderen, der wurde niemals in Frage gestellt. Egal, wie sehr sie sich auch streiten konnten, es fielen niemals Beleidigungen und es ging nie unter die Gürtellinie. Und im Laufe der Jahre und mit dem Älterwerden kam auch immer mehr Rücksicht dazu, wenn einer gerade nicht so konnte. Dann gehen wir eben einen Schritt langsamer und machen eine Pause. Und ja, klar, sicher haben meine Eltern auch in ihrer Ehe Zeiten gehabt, in denen einer nicht so glücklich war. Aber aufgeben war nie eine Option für die beiden. Sie fanden einen Weg, weil sie immer, immer, immer ihre Liebe für den anderen spürten und lebten. Mit ihrer Ehe haben sie mir vorgelebt, was eine gute Beziehung ausmacht. Und manchmal frage ich mich, wie sehr ist uns das heute verloren gegangen? Wir haben bei uns in der Nachbarschaft ein junges Paar, das sich regelmäßig so anschreit, dass wir es durch die geschlossenen Fenster hören können und die sich mit Wörtern belegen, die mir niemals über die Lippen kommen würden. Wie kann man sich bloß gegenseitig so verletzen, wenn man gleichzeitig sagt, ich liebe dich? Und ja, ich dachte immer, mein Papa wäre unsterblich. Und je mehr ich das hier alles so für mich aufgeschrieben habe, desto mehr frage ich mich, ob mein Papa wusste, wie dankbar ich ihm dafür bin, dass er mir der Vater war, den ich brauchte. Und dass er mir die Art von Beziehung vorlebte, für die ich heute brenne. Ich hoffe sehr. Denn es blieb keine Zeit mehr, ihm das zu sagen. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich ihm noch gesagt hätte, wenn wir noch ein bisschen Zeit für ein paar Worte zum Abschied bekommen hätten. Als ich in den Tagen kurz nach dem plötzlichen Tod meines Vaters mit dem Dampfer über die Elbe fuhr und über den Hafen guckte, in dem auch er mal gearbeitet hatte, liefen wieder mal hemmungslos die Tränen. Und ich dachte, der Hafen, den er so geliebt hatte, der müsste doch jetzt Trauer tragen und stillstehen. Meine Welt war doch schließlich auch gerade stehen geblieben. Und während ich da so am Ponton stand und darauf wartete, dass jetzt alles stehen bleiben sollte, sah ich auf der anderen Seite, auf der Werft, fünf, sechs Containerwägen, die wild blinkend hintereinander herfuhren und wie so ein komisches Ballett aussahen. Und so musste ich lachen, weil das war mein Papa, der immer in jeder Situation irgendwas fand, mit dem ich wieder lachen konnte. Und so kann ich nur hoffen, dass er, wo auch immer er jetzt ist, weiß, wie stolz ich auf ihn bin und immer gewesen bin und wie dankbar ich ihm bin für all die Werte, die er mir mit auf den Weg gegeben hat. Und was bleibt? Unendliche Dankbarkeit und Liebe für diesen Menschen, den ich meinen Papa nennen durfte. Und stolz auf meine kleine große Mama, die gerade die Liebe ihres Lebens verloren hat, die sich manchmal zu verlieren scheint in ihrer Trauer und dann wieder aufsteht und den Anschluss an das Leben sucht, das eben nicht stehen bleibt. Bis dass der Tod euch scheidet. Ich bin von Herzen dankbar dafür, dass ich diesen Kanal nutzen kann, um all das zu sortieren, was in mir vorgeht. All das, was für mich Beziehungen ausmacht, mit dir teilen zu können und dir vielleicht ein bisschen was geben zu können, was dir einen Schritt weiter hilft. Vielleicht hast auch du gerade einen Menschen verloren, der dir sehr viel bedeutet hat. Vielleicht erkennst du dich auch einfach in meiner Geschichte wieder und vielleicht hilft sie dir, deinen Weg gehen zu können. Beziehungen, das habe ich von meinen Eltern gelernt, basieren auf Wertschätzung, Respekt, Rücksicht und Achtsamkeit. Alle Beziehungen. Zu deinem Partner, deinen Kindern, deinen Freunden und zu allen Menschen, die dir in deinem Leben begegnen. Und das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Ich möchte dir mit auf den Weg geben, den Menschen, die dir wichtig sind, zu sagen, dass du sie liebst. Dass du dankbar dafür bist, sie in deinem Leben zu haben, dass du dich freust, sie zu sehen. Oder umarm doch einfach mal die Menschen und lass sie damit spüren, was sie für ein Geschenk für dich sind. Und feier jeden Moment, den du mit Menschen hast, die dir wichtig sind. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Von Herzen, deine Andrea